Viele Wagen aus dem Jahr 2012 sind wesentlich schlechter in Schuss als unser neuer SL von 1982. Danke an die beiden Vorbesitzer, die diesen 380er SL offensichtlich mehr poliert als gefahren haben. Nur 88.000 Kilometer hat er gelaufen. Innenausstattung und Lack sind in einem Zustand, den auch wir nur selten zu sehen bekommen. Selbst die Stelle, an der das H-Top auf die Karosserie aufgesetzt wird, ist glatt und glänzend wie am Tag der Auslieferung. Ein paar technische Eckdaten hat er auch noch. 8 Zylinder, 204 PS, 4 Gang Automatik. Aber das Entscheidende hier ist nun wirklich der Zustand. Und von dem können Sie sich gerne vor Ort in unserem Showroom überzeugen.